Ach, kiss dich. Mach hin! Ja, ja, ja. Ja! Alter! Mach dich rein! Wie lange willst du uns noch mal zustehen lassen? Halt deine Schnäuze! Denn liegst da! Ey, das ist wichtig! Ich bin ja erst mal im Bier hier aber drin. Was ist größer? Na? Was geht ab? Ja, es gibt ein Problem. Weil? Wenn wir die Scheiße abholen wollen. Meine Karre ist in der Werkstatt. Und meine Leute sind alle schon unterwegs. Ja, und schön. Wir müssen die Kacke selber abholen. Zu Fuß. Google Maps Autobogen. Der wohnt am Arsch der Welt. Da fällt ja nicht mal ein Bus, Alter. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir müssen zu Fuß. Ja. Wie war's denn? Wir erhoben das mal hin. Oh chillig, das wird wenigstens eine Kippe wird das. Alter! Mann, auf dich ist Verlass, Romy! Ey, das habe ich in meinem Schuh gefunden. Das ist das von da, wo die Bullen mich letztens gefickt haben, Alter. Das hatte ich vergessen, dass das in meinem Schuh noch nicht war. Dann schaffen wir auch den Fußweg. Los! Ja, da wolltest du nach dem Bock auf jeden Fall. Nein, da soll ich Melbourne wiederholen. Das war ich nur. Das war's. Das war's. Das war's. Das. Das war's. Das war's. Das war's. Ah ah ah. Woo! Woo! Oh yeah! Ja, das ist so cool. Ja. Das ist nicht dein Ernst, du überhaupt. Was? Dass du mich jetzt so einen Chase-for-fuckten-Wald-Führung willst? Ich mach dir nix draus, ich hasse die Natur auch. Komm, ich brauche meinen Stoff, Alter. Ja, aber das ist so ein schönes Weg hier noch Latschen, ey. Ich wüsste, dass du deine Koche geschrotet, Alter. Das hat viel angenehmer gewesen, wenn wir gefahren werden, ey. Weil die scheiß Bullen schon wieder hinter mir waren, Mann. Ja, das schrotet man keine Koche, das ist so von sich ne, ja. Ich knack das nächste Mal eine. Dann kannst du meine Alte haben. Deine Alte hat er unten? Das Auto, bis haben wir das nicht genümmt. Lass mich an, die sind weggefahren. Siehst du, hier stolperst du schon wieder die ganze Scheiße hier. Könnt ihr das nicht abbrennen hier alles? Alter, meine guten Klamotten, das kotzt mich jetzt mal an.